Ich verwirr mich gerade so. Aha. Ach, ich habe gedacht, tut weh. Wer spricht? Wer spricht da gerade überhaupt? Ich will wissen, ob hier... Ne, hier unten ist nichts. Okay. So. Einmal bitte dritter Stock. Ding, die, ding. Dritter Stock. Boom, boom, boom. Okay, jetzt müssen wir doch runter. Ach, Mann, was... Sie suchen nach uns. Und Sie werden nicht aufhören, bis jeder Einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt. Aber Sie haben nicht verstanden? Ich gehe erst mal da eben nach oben. Ich will mal wissen, was hier oben gerade ist. Äh. Hoppa, hoppa. Jetzt wird mir da oben so einen Weg freigeschaltet, ne? Ja. Platsch, platsch. Hoppa. Zehnter Stock. Die, 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 ding, ding. Das ist hier gerade alles so unheimlich verwirrend. Da ich gar keinen Plan habe, was hier eigentlich gerade abgeht. Ich gehe nach dem Treino, Essmann. Lecke deine Kraft. Ähm. Äh. Äh, okay. Wir haben anscheinend eine neue Fähigkeit gerade erhalten. Ich gucke mal gerade was. Ob wir auch irgendwie nach hier oben können. Äh. Äh. Okay. Wir können hier unsere eigene Wege so gut wie bauen. Juppa. 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 Da oben ist bestimmt irgendwas. Sonst wäre das jetzt nicht da. Also klettern wir mal nach da oben. Egal wie. Juppa. Hopp. Hopp. Komm. Äh. Kommt da noch nicht hoch. So. Jetzt kommen wir aber da hoch. Wenn hier jetzt da oben nichts ist, ne, dann drehe ich voll durch. Tatsächlich hier oben ist rein gar nichts. Und jetzt wofür bin ich jetzt hier hochgesprungen? Super, dankeschön. Umsonst da hoch. Klasse. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben. Ab wann es mir egal war. Was ist das denn hier? Ach. Gar nichts. Okay. Hätte mir auch jemand eher sagen können. Äh. Ja. Sollen wir hier rüber laufen? Sollen wir jetzt hier durch die Lücke oder? Nein. Äh. Puh. Nochmal. Aber diesmal in ein Zügegang-Tempo. Ach. Da links. Oder wie? Jo, hier. Heieiei. Ähm. Ja. Tiefer. Wir müssen tiefer. Noch tiefer. Und noch tiefer. Wollen müssen wir... Ach, da rein müssen wir. Komm. Hoppala. Ui. Ganz großes Ding. Wann kommt die nächste Lücke? Da... Da vorne. Dann müssen wir uns da ganz schnell durch... ...reißen. Müssen wir mal auch so leicht schräg gehen. Los geht's. So. Jetzt haben wir's. Heieiei. Und da vorne ist was. Dann werden wir jetzt gleich mal auswählen. Da haben wir vorhin ja... Vorhin ja schon. Ein endloser Kampf. Doch mir war's egal. Und da unten ist doch was. Verdammt. Da unten war was. Märzspieler Emblem 1. Achso. Ja gut. Da ist doch was. Wir gehen jetzt auch mal weiter. Zack. 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 Hoppala. Ähm. Ja. War so eine spitze Idee von mir. Ah. Okay. Aber wofür soll ich die entfernen wollen? Ich war einsam. Damit ich... Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. Ja. Ähm. Da hinten hinlatschen tue ich jetzt aber nicht nochmal. Also da zu dem einen Ding. Da müsste man den ganzen Weg ja nochmal latschen. Das finde ich ein bisschen hier. Und das ist nicht gerade. Nur für so ein Emblem. Nee. Ui. So. Jetzt sind wir wieder im normalen Hauptspiel eigentlich. Jetzt können wir eigentlich unser... Spiel fortsetzen. Ich guck mal. Das ist das letzte Tor wahrscheinlich. nicht. So. Hierfür brauchen wir... Wie viel? 30 Animus-Fragmente. 20. 15. 10. Also 30 Stück von 100. Okay. Da werde ich mir aber mal im Internet dann halt angucken. Wo ungefähr die Dinger liegen. Damit wir die haben. Oder finden können. Ich hoffe ihr seid mir deswegen nicht böse. Es dient ja sowohl für mich als für euch auch was. Damit wir hier auch... So Desmands Hintergrundgeschichte erfahren. Wir geben jetzt eben noch das Buch ab. Zumindest, äh... Oder? Oder, oder, oder? Ach, okay. Wir haben hier... Ah. Äh... Wo ist denn der hier? Ach, scheiße. Na, egal. Gut, dann werde ich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle hier. Einfach mal die Aufnahme so... Einmal beenden. Und wir sehen dann in der nächsten Aufnahme halt dann... Die neue Mission von Altaïr. Ähm... Und was so sich... Äh... Hinter dem Buch befindet. Ne? Auf jeden Fall bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.